ein wunderschönen guten morgen wie ihr vielleicht gemerkt habt ist heute nicht sonntag sondern montag und ich entschuldige mich dafür dass ihr gestern kein video bekommen habt das lag aber daran dass ich hier die hütte voll hatte und gäste und da hat man manchmal auch ein bisschen was anderes zu tun das holen wir jetzt aber nach denn ich habe heute wieder ein gast dabei und zwar kreisen moin und wir spielen heute zwei gegen zwei wir haben in letzter zeit ein bisschen ein bisschen hochgelevelt wir sind beide c2 und ich glaube dass wir könnten c3 werden oder können wir c3 werden na na ich bin jetzt wieder drei ja ok dann wahrscheinlich nicht aber lasst euch das ganze hier schmecken und freut euch auf ein zwei gegen zwei play bis gleich so es geht los runde nummer wir haben keine premades als gegner so sind hier die premades auf der fläche na dann lass mal was sehen na ich versuch mal ich bin recht kommt bitte das war nicht so wie ich wollte aber er gehe ich mir auch mir geholfen nimm zu oder nicht ich hatte es vor ich habe es gesehen geht ran der wird gepincht das war gefährlich vorsicht so ich kann schon etwas blocken aber ich bin in der mitte ich bin blank ich überlasse den steil in die mitte ui krass knapp knapp druck machen einfach nur drücken genau müssen wir den ball abgeben machen sie auch und jetzt kannst du schießen drin jawoll haben wir 1 zu 0 sehr schön manchmal reicht das ein bisschen druck machen oder wie war das ja manchmal reicht das ich habe ihn Achtung ja ich bin jetzt auf ok interessant das ist nicht verstanden nach rein sehr gut sehr schön 2 zu 0 ich bleibe noch stehen ich hole mir den boost ganz hinten das ist also kurz ah ne ich verzeuge er versucht nicht zu sprengen das übernehmen er versucht nicht zu sprengen das übernehmen ich habe ihn nicht zu sprengen sehr gut ja da werde ich nicht durchkommen scheiße hätte ihn gut angenommen wollen wir schön weg damit in der anderen Seite den habe ich ihn gesehen ich habe ihn noch ganz 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 eben safen können ich versuche da mal ein bisschen ne kriege ihn nicht hin ja ich musste da drauf ne ich habe ihn Ich hab ihn, 3-0. Träg mal. Träg hin. Ah! Scheiße! Oh man, und dann bin ich auch auf meinen rechten Stick gekommen, so ne Kacke, ey. Das war fast so gut an. Ich bin auf meinen rechten Stick gekommen, aber der hätte ich auch so nicht gekriegt. Ich war schon zu weit vorne. Aber zu hoch. Ja, auch da, scheiße, stand ich wieder richtig dumm. Verdammt, der Kummer, zack, bumm, direkt 2 Tore, bam. Ja, leider. Ich bleib mal stehen. So, jetzt ruhig noch mal Boost. Wieder so ein knappes Ding, ey. Für dich. Yes. Sehr schön. Uh, dann haben wir wieder. Den drückst du mal auf den Aufslech da runter. Na ja. Sehr gut. Es wundert mich, dass ich den noch gekriegt habe. Aber ich hab gedacht, der Ball, der geht jetzt drüber und nicht drüber weg. Aber egal. Okay, klappt. Ja. Ja. Die Handstöße sind gerade echt mies, ey. Geh drauf, geh drauf. Boah. Jetzt bin ich schon als zweite Mal Absprachefehler bei denen. Ja. Das passt ganz gut. Und du ihn? Ich hab ihn sicher oder was sagst du? Ne, ich hab ihn sicher. Ich lass ihn mal laufen. Guck mal, was passiert. Ja, nice. Nice. 5-2. Sehr gut. Ich hab auch wieder alles reingeschmissen, was geht. So muss sein. So, ich hab ein bisschen gefakt. Hat gereicht. Den Anstoß musste ich ein bisschen verändern. Die letzten waren nicht so gut. Aber der war gut. Oh, er hat mich gebammt. Dementsprechend gegen den Ball gehauen. Ich klär den. Okay. Ich lass ihn oben. Ich klär ihn doch nicht. Ist ja wieder so dumm nach oben nochmal an die scheiß Decke gegangen, ey. Nicht mitkalkuliert. Und da auch wieder. Ganz knapp. Ganz knapp. Versuch mal nach rechts. Mhm. Krieg ich hin. Aber glaube ich sehr bescheiden nach rechts. Ja. Der hat mich gebammt. Ah, ja. Das war gut. Dann kann man den Ball darum erst zweimal halten. Ja, also. Da haben wir Schwein gehabt. Denn die Position war für die eigentlich besser. Ja. Aber die haben beide gekriegt. Yes. Erstes Spiel gewonnen. Mega nice. Dann bis zum zweiten, Leute. Spiel Nummer zwei. Let's go. Wir haben ein Clubmatch. Äh. Hallo? Ja. Mein Controller wollte gerade nicht. Hier. Dann musst du den nehmen. Oh. Ich hab den Bus gekriegt. Wie geil. Was war das denn für ne komische Zuckung? Hier. Ah. Achso. Hast du oben. Bleib dran, bleib dran. Tios. Jetzt hab ich nichts mehr gehabt. Hier. Oh. Junge, Junge. Kommen wir aus der Runde oben raus. Andere Seite. Ich verlasse mich auf dich. Mach's selber. Oh. Jetzt müssen wir mal irgendwie ins Positionsspiel kommen. Mhm. Das war mir gerade wichtig. Sehr gut. Deiner. Was hat denn der für nen komischen Sound, ey. Schön außen bleiben. Ich will den nicht auf unser Tor haben. Ich auch nicht. Also, mein Positionsspiel ist gerade sehr in der Mitte. Kommt. Und? Ah, schade. Zumindest war's schon mal eine gefährliche Situation für die Gegner. Am ersten ist er vorbeigegangen. Nur links? Bist du. Nächst. Alter. Danke für den Schub. Kein Problem. Ich bin etwas hinter dir. Sicher lieber ab. Scheiße. Den ersten hatte ich. Deiner? Oh. Scheiße. Warte, 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 keine Overcommit. Ich bin oben. Boah, scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Hab ich? Nein! Irgendjemand hat mich weggedonnert. Ich was nicht? Doch, ich glaub wohl. Das guck ich mir jetzt an. Doch, du. Ups. Die Frage ist ob ich ihn gekriegt hätte. Das weiß ich nicht. Weggedonnert. Karre ist weg. Karre ist schon wieder weg. Karre ist auch weg. Bitte? Ja, komm. Gibt's doch nicht. Passen müssen. Er hat Kantenspielpartner gehabt. Was? Was? Ich bin blank. Ich hab Ball. Na dann hier, warte. Ich überlasse den. Jetzt. Der hat voll den Entenzaum irgendwie. Das nervt. Und dann eins. Dann kass er sie zu. Wack, 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 wack. Klingt irgendwie merkwürdig. Macht er denn da? Mal einmal aufs Tor schießen. So rein damit. Sehr schön. Danke. Hörst du das auch? Hörst du das auch? Diese komischen Sounds von so einer Karre? Nah. Nee. Nö. Ich bin so leise. Richtig nervig. Richtig nervig. Ach! Natürlich. Ich hab nur Wave-Dash verkackt. Die Karre drehte sich auf einmal richtig ordentlich zur Seite. Richtig dumm. Es sah richtig dumm aus. Nein! Oh, meine Fresse, Alter. Jetzt gerade ist aber auch... Wie unbeholfen von mir, ey. Keine Bande mehr da. 27 Sekunden. Herausforderung. Oh. Da noch. Meine Fresse, krass. Boah, den haben wir da mit uns selber in 1-Nest gelegt, ey. So ne Kacke. Ja, du kennst doch die Spiele, wenn ein anderer nicht laufen soll, oder? Ach, Kacke, ey. Na, ihr macht nix. Und dann gehen wir mal ins Dritte. Und Spiel 3. Wird Zeit für ein Sieg, würde ich sagen. Ja, ich bin recht weit. Gut, gerne. Dann lass uns mal gewinnen. Bitte sehr. Rechts von dir. Ich leg ihn dir auf. Moment. Hat etwas abgelenkt. Das war knapp. Ah. Ich hab keinen Boost. Ich muss einfach noch ein bisschen nachziehen. Hast du? Ich wär der Mitte? Nö, ich hab auch keinen Boost gehabt. Ja, sehr schön. Der ist drin. Top. Mega. Schönes Tor. Danke. Deiner. Ah. Aber schwer damit zu reinen. Hab ich. Andere Seite. Kaputt gemacht. Deiner. Bleib dran. Jo. Schieb ein. Ich hab keinen Boost. Ja, dann einmal drüber wieder. Der geht auf meine Kappe. Sorry. Verdammt, verdammt. Ich mag dieses Flash-Ding, ne? Das gab es ja schon etwas länger. Hm. Aber das konnte man damals auch noch kaufen, glaube ich. Oder konnte man es ziehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er da nicht so leicht, dran zu kommen. Bei diesem Flash-Ding-Fugius kommt man schnell vorbei. Du hast ja aufgemacht. Das hättest nicht dürfen. Mhm. Zu weit nach vorne gefahren. Nee, das gar nicht mal. Du warst viel zu weit außen. Das ist dein Auto zwischen Ball und Tor stellen. Ne, fällt mal. Oh, schade. Hätte ich fast noch mit dem Rücken reingemacht. Kommt. Kommt noch rein, ne? Jetzt aber. Zack. Bam. 2-2. 2-2. Nice. Durchgedrückt. Ja. Links. Mhm. Kriegen wir einen. Ach, schade. Der hätte auch reingehen können da. Das Ding. Wann geht der rein? Geht auch nicht rein. Was ist mit damit? Der auch nicht? Ach, schade. Ja, der könnte. Könnte. Für dich, für dich. Komm, mal drin. Jawoll. Da war ein bisschen zu hart, der Typ. Da hat er für mich gepasst. Warum soll ich bloß runtergehen? Na, das wird dann natürlich dann noch direkt, äh, oder Pass und so, weißt du? Direkt wieder toxisch werden. Ja, ach so, ich dachte, ich dachte, die meinen uns hier ist, aber nee. Deiner? Deiner? Den habe ich weggedonnert. Ich habe sprung. Nein. 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 Ich habe ihn nur noch ausgebracht. Ich weiß nicht, ob er da noch schon reingegangen wäre. Nein. 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 Doch. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Aber ist egal, drin ist drin. Hat gesplasht. Dann kann man das gegen machen. Beide weggedrückt. Mal normal. Zweiten. Und drin. Mit Hilfe. Sehr nice. Zack. Mit Hilfe. Nice, nice. Wird mal stehen, ne? Ja, ich bringe ihn nach links. Um sicher zu gehen. Oh, nice. Hab ich. Jo, kann ich überspielen. Nein! Bande! Ist der daneben? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ja. Ich drehe ab. Scheiße, ey. Und lass dich immer so weiter aus dem Feld rausfahren. Versuch mal so im Halbfeld zu bleiben. Also auch wenn du eigentlich nach außen willst, dann immer so im letzten Drittel. Links, rechts, vorne, hinten. Scheißegal. Dann hast du noch eine Chance früher wieder einzudrehen. Du bist auch wieder so beschissen, ne? Ich mach da mal rein. Und darf ja auch mal ein Tor schießen. Bleib dran. Steht der mit dem Ball weg? Das wird mir eigentlich nicht sprengen. Wo bist du? Rechts, 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 rechts. Was machst du? Komm zurück. Komm mal, noch einmal hoch. Nein! Oh, du hättest dir nur noch Hochlupfen brauchen. Dann hätte ich ihn reingemacht. Scheiße. Na, egal. Na gut. Zwei verloren. Läuft heute nicht so. Aber ist egal. Macht nichts. Leute, ich zeig euch noch eben den Rank. Damit ihr auch seht, dass wir nicht gelogen haben. Champions 2, Liga 3. Ich bin abgestiegen Liga 2. Ja. War jetzt nicht so... War eh bis jetzt nicht so eine brillante Runde für heute. Aber ist okay. Muss auch mal sein. Dafür liefst du beim letzten Mal umso besser. Also, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.